Hallo Leute hier zieht sich willkommen zu der zum Lp mit den zwei Vollidioten Uwe und Uwe das war so klar wie ich mir das so gesagt du sagst Vollidiot damit ganz sicher nicht die ich auch mit meiner Denkchen und da ist Lava klar wäre er schrieb mich nicht zu Lava Lapa Lapa so gut ich bin einfach mal ein Eisner zu belaufen wer schon cool wird das mal abbauen ist nur ein Higgs gehen das hat gesagt das Spiel ist so schlecht 6 Lappes 3 Gold Kürbiskerne Brot Melonenkerne ja hä ja Melonengerne 2 Melonenkerne können wir uns bessere Trinke machen also willst du nicht wegen dem Essen haben das geht auch das geht auch ok jetzt hoffentlich hatte ich kein Aufnahmeproblem oh je oh je das verbreitet mich schon Bauchschmerzen ich bin nämlich geil unabsichtlich rausgefahren und hab das Bild verzogen und ich weiß jetzt nicht ob das was ausmacht ich weiß nicht ich kann mal kurz schauen wartet kurz hier liebe Leute ok ja es bietet es gerade ok toll ja super toll ok ich weiß nicht nur wo ich schon überall war und wo ich nicht überall war ok ich fühle mich irrtig eingesperrt ich gehe jedes Mal den selben Weg was soll das man da geht es hoch da ist jetzt Lava irgendwo ok da jetzt ok das ist mir zu kompliziert ich baue mich hoch ok ja es tut mich der Welt wieder ja aber was soll ich machen äh kommst du dir gleich zurück ja ja ich möchte scheiße ich möchte ja ich möchte ja ich möchte ja es kann niemals auf hell sein alter was ist denn bitte düster ich möchte ja es ist ja höher ist 27 ich tp mich einfach joh ich will auf die Melonen keine weg okay ok das warst ein bisschen was sie also richtig kacke wenn ihr genauso wenig sich wie ich man gibt mir das an haben schon gehört jetzt verpisst euch stirb wieso stirbst du nicht einfach so wird mein wunsch nicht wahr ich sag mir einmal kurz sterben das kann nicht so schwer sein ja ich bin draußen ich bin frei juhu das sind schon kühle raffa lieb ja sie sich nicht selber naja ich würde nur fragen die kolonaten die europäische die europäische die europäische ich weiß nicht so genau sie gibt mich ein du zu stress hast ich will den den Heim Koppel bevor ich wieder in die falsche Richtung wenn ich glaube 208 – 308, oder? Na, plus 308. Also keine Minusstelle? Die erste Zahl ist minus, das mit der 300 ist plus. Also, minus 208 und 308. Ja. Also so? Ja. Okay. Bist du weit weg. Es geht so. Alter, wo wird denn das bitte weniger da? Loll. Naja, es geht so. Was ist denn die Richtung? Ich krieg die ganze Damage. Okay, au. Fuck. Oh, du Arsch. Drei Creeper. Jo. Und die legen. Ja, Speedhack. Ja, genau. Nein. Mann, leck mich mal. Ihr müsst so und und legen. Mann, nitrado. Ich geh jetzt mal autonus. Oh, 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 oh. Okay. Ich weiß nicht, was ich weg... Weg. Nein. Nein, ich will nicht arbeiten gehen. Nee, du Arsch. Danke. Ja, danke. Leck mich, ja. Na, trifft der Liederhaven, Walter. Bist genau so schlecht wie der Daniel. Oh, das ist... Nein, das war natürlich nur Scherz, Daniel. Wenn du das siehst, du bist besser. Natürlich muss es wieder zwei hoch sein. So, jetzt geht die Strecke da lang oder da lang? Das ist jetzt die Frage. Du hast ja schon den Kabel zum Weg gebraucht. Okay, ja, so lang. Aha. Was hast du gerade gemacht? Video ist fertig. Bereit zum Hochladen? Du weißt Bescheid. Bist du, ich möchte dich gerne töten. Okay, ist das automatisch? Geh mal unter das Feld. Hä? Okay, ja, ich bin da gerade falsch gegangen. Okay. 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 Ah. Bist du bitte hin? Ah. Nice. Da ist Erde drinnen. Ja, das habe ich von. Da, also jetzt. Wir sind ziemlich viele Hühner entkommen, die habe ich dann heute getötet. Du bist so... Nein, Spaß. ein Spaß die Tierschänder da liegen immer noch Steaks drinnen zu und jetzt nehme ich sie mir Pech und Schwefel Danke dass du die Kohle rausgenommen hast wo aus dem Ofen glaube ich zumindest dass es du warst wenn nicht dann wenn nicht dann dann nicht wir haben keinen Lapis mehr was hast du mit den ganzen Lapis wieder gemacht ich hab's wieder reingeklickt was hast du mit den ganzen Diers gemacht wir haben nur 46 ich weiß nicht das geretzte stone aber ein goldblock fällt ein goldblock fällt spiel ich nicht mehr mit dir wieso grüß an dort rekt das war ein Spaß bitte nicht nein 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 bitte nicht das wollte ich nicht gell ja da da haben wir eine Kiste für Eier oder sowas oder wo hast du die Teardrops oder nein ich glaub das sind noch nicht einmal Ruden drinnen lol angebautes Biest das ist ja noch immer du bist so lustig was was das ist ja habe ich keine doch jetzt aus der Kiste und los nein ich hab's wieder reingelegt mein Gott da bist du lustig die Fakten hast doch irgendwie platziert das ein alter ich will ich bin wegen einer Schuld oder was wir sind hier schon bei der Folge 37 jetzt bei mir welche Folge ist es bei dir keine Ahnung bei der hundertsten folge hören wir auf 100 folge auf die freue ich mich schon dann wird was angezündet auf die hundertste folge die wird so geil da präpariere ich den server ein bisschen nur ihrer verführer vielleicht nichts gutes ich warte ich werde mir jetzt und das glaube ich hoffentlich seht ihr das auch nicht ich spiele gerade von fernseher was eigentlich jetzt das monitor gilt und in fünf und meine selbst ausschaltung weil ich glaube dass es solltet ihr nicht gesehen haben ich habe es gesehen irgendwie es tut mir leid ich konnte es nicht unterdrücken ist nächstes mal schlagen dafür okay es ist es ist schon eine freche dass das einfach so aufploppt unterdauern echt mal es könnte verboten solltet sich schämen ja soll ich den arsch abschämen bald ist es soweit bald haben ein steak eisen jetzt ich habe dich schon lange nicht mehr getötet ich habe dich schon lange nicht mehr getötet okay das ist keine Chance gegen den Brust als geblieben als sechst es brennen noch und auf der Stiege Feuer das ist durch nicht so gut brennt die nichts okay die die Werner Axt nein es regnet nein die sich gesehen dritten bei jetzt ist es noch Komolzer Hühnerfarm das stimmt glaube ich was nicht und das meine ich jetzt ernst das stimmt glaube ich wirklich was nicht der Bekommung kommen mit hat so lustig kannst du nicht mehr raus aber was hast du bitte hast du voll schützt auf den Rüstung ich kann nicht anzünden sondern tötet sich einfach aber nicht so viel abgezogen nein 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 ich bin fast tot nicht aber ich hab dich richtig gut getroffen ich lege mich lieber nicht mit seinem Schwert an im alten Schwert und ab nein es hat euch Blumen zerstört um da wird ja oder ja ich hätte mich hat er geschlagen die ich auch er hat mich hat ein Zebrot hier geschlagen die Melonen keine Pflanze an bitte schlussene Gold Spitzacke die Bauten mega fucking schnell erb schnell ab oder schlussene Diamanten er machst du nicht ha ha trolle die ganzen Dias das hört nicht mehr auf wo soll ich die Schmane anpflanzen ähm, hab ich denn noch was? Nein, ich hab nur was zum Fugen anders Eisen hört irgendwie nie auf gibt's ja gar nicht gebratenes Kaninchen haben wir? ja wir haben einen Fall, das heißt wir haben da, wir, alter, wieso ich so, also, wir haben sie, wir haben Holz, 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 Holz Holz, Holz, Holz Kürbiskerne Kürbiskerne Öl Ok, wir haben Leder Tietropfs die Tietropfs die Tietropfs wir brauchen Urfüll Leder jetzt von Anfang haben sie mir gebraucht und jetzt wir sind Lüber Dosis Lüber Dosis, ne? Lüber Dosis, Lüber Dosis, Herr Lüber Dosis gesagt und das ist dann gestern auch Leck wiederum kann die Schiele nicht gelesen so ich habe doch zu besuchen Peter war die Stürmer zu bittig die Städte die Läge doch sicherlich wäre er ist die jahre sagt er hat richtig wer wäre auch schlag aus schluck so dass er er ein die ich mal in der ich die doch mal in die die sterben ich will einfach nur durch die Tür geht aber nein alte in den Textwechsel der Regen richtig übertrieben aus und mir ist sicher auch nur so zu das ist der Kultus das Tendl ein Ticket ich bin wir haben schon so viel er er stärkt gefühlt war es hier ist die die Welt so war kraft ich gar nicht 100 Prozent schiebt wird geschehen wer das weiß ich nicht auch wir haben es erreicht dass 1 also über 1 6 Eisenblöcke und so zieht das war gewohnt so war trotzdem Redzern an ihm noch zwei Blöcke 2 6 derzeit Schienen vorbeibringen aber da habe ich gemerkt 20 Minuten Folge ist vorbei also wenn ich diese Folge gefallen hat dann smash doch den Daumen hoch für Kühle des Liebes Prozent und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge bis zum nächsten Mal